Seit über 75 Jahren ist unsere Leidenschaft das Fleischerhandwerk. Eine Leidenschaft, die uns zur Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit verpflichtet, in allen Prozessen. Für Sie als Kunde heißt das, beste Qualität, die man schmeckt. Ein Indiz dafür ist seit jeher die Herkunft unserer Produkte. Fleisch- und Wurstwaren von Buchmann kommen aus der Region Bodensee, Oberschwaben und dem Allgäu. Von ausgesuchten Landwirten, denen wir vertrauen, die auf eine artgerechte Haltung setzen, ganz zum Wohle der Tiere. Denn nur glückliche Tiere garantieren eine hervorragende Fleischqualität. Viel Freiraum, gutes Futter und die Liebe zur Viehzucht machen den Unterschied. Einen Unterschied, auf den unsere Großhandelskunden vertrauen. In unserem Produktionsstandort in Grünkraut-Gullen verarbeiten wir täglich frisches Fleisch. Neben dem traditionellen Metzgerhandwerk setzen wir auf modernste Technologie und zeitgemäßes Qualitätsmanagement, zertifiziert mit dem International Food Standard. Eine Auszeichnung, die uns gegenüber unseren Kunden zu Qualität, Leistungsfähigkeit und Verbindlichkeit verpflichtet. Mit unseren Convenience-Produkten entlasten wir sie als Kunden, übernehmen Arbeitsschritte, die den Alltag in den Küchen erleichtern. Mit unserem Teflon-Bräter gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Bewährte Buchmann-Produkte bereits fettfrei und lecker vorgebraten. Mit den vielfältigen Leistungen können wir nahezu allen individuellen Kundenwünschen Rechnung tragen, ganz im Sinne einer guten und nachhaltigen Partnerschaft. Die Auslieferung erfolgt über unseren hauseigenen Fuhrpark, täglich frisch und zuverlässig. Auch in Zukunft garantieren wir unseren Kunden Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit in all unserem Handeln. Getreu dem Motto, aus der Region, für die Region, mit der Region. Buchmann, Fleisch- und Wurstspezialitäten aus Oberschwaben.